Ulrich Hege ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Er ist Generaldirektor und Professor an der Thulao School of Economics. Leben Hege studierte Volkswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Nach dem Abschluss als Diplom Volkswirt 1989 setzte er seine Studien an der Princeton University fort, wo er einen Master of Arts und bei Douglas Bernheim einen PhD in Economics erwarb. Anschließend war er Assistant Professor an der HEC Paris, der Universität Tilburg und Associate Professor an der Ecole Superiöre des Sciences Economiques et Commerciales. Gastdozenturen führten ihn an die London Business School und die Stern School of Business nach New York. Von 2001 bis 2015 war er zunächst als Associate Professor und dann als Professor an der HEC Paris tätig. Zuletzt zusätzlich als stellvertretender Dekan und Direktor des PHD-Programms eben dort. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Finanzwirtschaft, insbesondere im Corporate Finance. Von 2008 bis 2012 hatte er zusammen mit Edith Ginglinger den FBF Chair for Corporate Finance inne und organisierte die Paris Spring Corporate Finance Conference. Er publizierte U.A. in Management Science, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, The Run Journal of Economics und Journal of Institutional and Theoretical Economics. Er ist Forschungsmitglied des European Corporate Governance Institute in Brüssel und sowie Mitherausgeber von Fachzeitschriften. Auszeichnungen Hege erhielt mehrere Stipendien U.A. Von der AD, von der Princeton University, der Volkswagen Stiftung, der Fritz-Thüssen Stiftung und der Europäischen Kommission. Er war 1999 Preisträger des Edusana Memorial Awards und 2014 und 2015 des Prix Syntec für den besten Forschungsartikel in Management.